Ey, das müsst ihr nachmachen. Mh, hör mal. Herzlich willkommen zu 99 Tage, 99 Food Trends. Heute machen wir was richtig Geiles. Wir starten mit einem Toast, wenn wir einmal so richtig blatt machen, so richtig blatt, dann brauchen wir unsere Würstchen, ich nehme die vegetarischen, aber ihr könnt auch normale nehmen, und Käse. Dann bereiten wir uns noch zwei Eier vor. Auf dem anderen Teller Panko-Mehl. Dann nehmen wir das so und wickeln das richtig eng auf. Und am Ende bestreichen wir das hier mit Ei. Jetzt kommt unsere Rolle in Ei. Einmal richtig schön von allen Seiten. Und dann in das Panko-Mehl, richtig schön von allen Seiten, und auch so randrücken, weil das gibt mir so richtig den geilen Crunch. Und jetzt werden die nur noch ausgebacken. Vergesst nicht, abonnieren zu drücken, das verpasst du noch eine Folge. Das ist Hardcore. Mh. Die Konsistenz, dieser Crunch. Wow, Himmel. Wow.